Jetzt bin ich eigentlich dran gewesen, aber nein. Er trifft nicht, danke. Aber er trifft. Und das gefällt mir gerade gar nicht, dass da Scharfschütze ist dran. Jetzt mal einen Schuss ab. Er trifft auch nochmal. Ich weiß nicht, warum man mit dem Ding nicht trifft aus der Entfernung. Und da nur 4%? Ist das ein bisschen? Hm. Also ich hoffe, dass ich mal bald schwerere Waffen finde für den Knaben, weil das gefällt mir gar nicht. Das soll ein Heavy sein. Ach, der ist doch gar nicht mit Sturm... Ja, ich weiß doch warum. Ich habe ja auch schwere Waffen gemacht. Oh, der hat ihm ein Sturmgewehr. Hm. Fällt mir jetzt erst einer ein paar Folgen, aber was ich wie viele folgen? Boah. Tja. Eigenschuld ist Gold wert. Nicht getroffen. Da trifft er natürlich. Nochmal. Nein. Du triffst nicht. Ihre Stiefel gehören mir. Deine Stiefel gehören mir. Äh, meine Stiefel gehören mir. Nimmer dir. Ha. Oh, 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 oh. 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 Jetzt auch mal gut. Hallo. Ach du Schande. Und leer geschossen. Also ich muss nachladen. Kann aber erstmal nichts machen. So. Klaus braucht erstmal erste Hilfe. Ganz wichtig. Ich treffe die nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hm. Ist ja alles schön und gut. Der blutet jetzt auch noch. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. So, ich brauche vier. Wenn ich jetzt runtergehe auf die Knie. Treffe ich natürlich gar nicht. Das ist jetzt scheiße. Ja. Ja, wenn ich den da anpuste, dann... Oh, jetzt kann ich ihn treffen. So. Na, er muss auch nachladen. Das ist gut. So, sie blutet. Toll, sie blutet. Ich hoffe... Ich habe da was gegen die Blutung. Mein Scharfschütze wird dann jetzt auch mal entschießen. Trifft natürlich nicht. Gut. So. Heil 12 Con. Na, 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 na. Um zu benutzen. Heil 50%. Ja, halt das sind auch das Bluten. Gucken wir mal, ob das auch das Bluten hilft. Halt. Natürlich nicht. Bluten. Kann mit dem passenden Gegenstand oder einen echten Arzt entfernt werden. Tja. Wohl über Chirurg. Ja, da. Wundnähnadel. Geht jetzt noch nicht. Ah. Okay. Aber ich weiß es mit was. Und der hat getroffen. Gut. Das ist... Ich weiß nicht. Warum? Kannst du das mal verraten. Warum? Klaut ihre Zähne. Was wollen die denn da mit meinen Zähnen machen? Oh. Der Scharfschutz wieder. Äh. Äh. Der da. Ja, nochmal bitte. Zwar leer geschossen, aber immerhin. Dahin. Daneben geschossen. Scheiben kleistert hier. Ähm. Ah, ja, ja. Erste Hilfe-Skill. Sanitäter 3. So, der muss jetzt mal wieder echt nach oben gesetzt werden. Sonst... Müsste das eigentlich jetzt auch gehen, oder? Ja. So, das Blutrook. Die Blutrook ist auch verschwunden. Der trifft da nicht. Der haut schon mal ab. Und trifft da nur so. So, der hat gesessen. Ha. Tja. Einer weniger. Jetzt geht's nur noch um den. Oh, sehr gut. Ich kann auch nochmal schießen. Nein. Mh. Das ist ja die reizte Katastrophen-Alarm gerade. So, sofort dahin. Triff. Geht doch. Ey, geht doch. Und gleich mal. Bescheid geben, reporten. Ja, congratulations. Schön. Freut mich. Auch für mich. Aber erst mal, was bekommst du? Oh. Heckler & Koch Sturmgewehr. Ich würde trotzdem freuen, wenn ich mal eine schwere Waffe für den finden würde. Aber. Scheint's wohl nicht zu geben. Tja, schwere Waffen. Maschinen, Scharfschützen, Sturmflint, Sturm für Waffen, Sturmgewehre. Ja, da muss ich was machen. Sturmgewehre. Zack. Definitiv. Die Zeitpunkte hebe ich mir nochmal auf. Hier, du hattest den Level ab. Safe knacken. Obwohl, so. Und die Führung hochsetzen. Obwohl, ich könnte auch mal Kotte nochmal auf Schrotflinten setzen. Nein, die starke Führung muss schon ausgeprägt sein, bin ich mir ganz sicher. Tja. Man darf mal Sturmgewehre und so ganz hoch. Brachiale Gewalt. Zehrhund. Komm. Stumpfe Waffen. Und Naturbursche. Punkte. Muss ich das mal wieder da durchlaufen? Ah. Unglaublich. Geht's denn gar nicht rein? Wo ist jetzt eigentlich hier? Da hinten ist der Reisedurchgang. Was ist hier? Wo geht's hier hin? Ich will's gar nicht wissen. Ich will ja ganz, ganz dringend endlich wieder zurück zu diesem tollen Ort. Apropos. Alle nachladen. Und mit geht's. Reisen. Tja, weiter geht's. Bestätigen Highpool möchte ich betreten. Dann muss ich gleich da vorne meinen Wasservorräte auffrischen. Ich meine nämlich am Anfang. Hier vorne. Ja, da. Das mach ich auch. Hinterhalt. Ja, hier ist kein Hinterhalt. Schluss aus. Deine Feldwaschen. Waschen vor allen Dingen. Feldflaschen wurden verschlossen. Ich will gerade noch hier oben gucken. Das Ding macht nämlich 7 bis 13 Schaden. Mein Heckler und Koch. Ähm. Kriegst du. So. So geht die M14 runter zu ihr. Und zwar jetzt. 6 bis 12. Wo sind denn jetzt? 7 bis 13. Zack. Da müsste hier irgendwo noch der Händler sein. Da gehe ich jetzt nochmal gerade verticken. Oh, oh, oh. Schaufel. Schaufel. Wo ist die Schaufel? In die Hotkeys legen. Weil das. Wo sind. Da. Jetzt muss das mal angelaufen kommen. Sprinte schneller, mein Freund. Das ist glaube ich die besagte Antenne, die ich auch brauche. Ich nehme erst mal alles. Oh. Alle sollten mal herkommen.